60 Sekunden Transport Der Transport von sperrigen Gütern in einem BKW stellt für Autofahrer immer ein Problem dar. Egal ob der Abtransport des Rasenschnittes oder Transport von Baumaterialien, als Alternative empfiehlt sich ein Fahrzeuganhänger. Bei diesen Anhängern unterscheidet man leichte Anhänger mit einem Gesamtgewicht bis zu 750 kg bis hin zu den gebremsten Anhängern, die ein Gesamtgewicht bis zu 3500 kg haben können. Das Ladevolumen kann durch verschiedene Bordwandhöhen individuell gestaltet werden. Um mit dem BKW-Anhänger auf lange Sicht sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein, muss er regelmäßig gewartet und auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft werden. Die sogenannte Bickerl-Überprüfung muss bei neuen Anhängern erstmals nach drei Jahren, dann nach zwei Jahren und in weiterer Folge jährlich von autorisierten Personen durchgeführt werden. 60 Sekunden Transport Präsentiert von Lagerhaus